Ja, spawne da mal noch einen hin. Ja, ich bin gleich wieder am Anfang. Spawne einfach einen hin. Ich crash hier vorne gleich weg. So, ich bin jetzt wieder am Anfang. Da, wo es jetzt explodiert. Ich bin in der Arena drinne. Ich bin gerade am Anfang gerunden. Hä? Wie könnte ich mich überraschen aus von mir, aber dir? Nee, gerunden rein. Ja, ich komm. Oh geil. Ich kann auch diese Dinger nehmen, ja. Sieht auch ganz lustig aus. Und danach machen wir mal ein kleines Motocross-Race, wie ich gesehen habe. Ja, das sieht ja so aus. Aber ich glaube, ich werde mir dann eine Energie holen. Ich kann es nicht so aus. 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 Oh, meine Bomben sind alle. Ich bin gleich. Ich glaube, die werden gleich wieder am Vorbilder von Airtrix rein. Nein! Überschlag NICHT! ... ... ... Deine Karre sieht ganz scheiße aus ey. Also meiner ist eigentlich noch heile. Meiner ist eigentlich noch heile bei mir. Oh, es lag gerade aus der Hölle. Ja, kein Wunder, ein Pink von 150. Facebook sei Dank, ne. Alter, Polo, weil mein Laptop freut. Ich fang gleich mal Facebook aus. Ah, jetzt gehts wieder. Du kriegst mich nie. Nö. Woh bist du. Ich bin ein Cross Hey, das scheint nice zu sein Wir haben uns wohl ein bisschen mehr ausgedacht hier Nein, ich kann mich gleich am Anfang schon wieder fahren, ey Ich bin losgefahren, ey Okay, ich komme Ich wundere, dass ich so an den ersten beiden Metern schon so schnell fahre Ich musste aber noch Streetbuckern bei mir War echt hart, der Streetbuckern Ja, los du Konda Die Kurven sind ja auch hässlich, ey Die Kurven sind ja auch hässlich, ey Die Kurven sind ja auch hässlich, ey Ich bin ein Fähler, ey Ich bin ein Fähler, ey Ich bin ein Fähler, ey Prolo, ich drehe noch eine X-Runde, ich habe schon auf den Start gewiesen. Prolo? Ich habe es gar nicht mehr gemacht. Ich bin gerne mit unfairen Mitteln. Prolo, ich warte dich. Hör auf, mich explodieren zu lassen. Ich hatte es auch mit Warten, ob ich es mitnehme. Ja toll, witzig ey. Ne, wir müssen gleich zu karten. Egal, Slash, Prolo, 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 Prolo. Ein BSN. Aber wenn wir von hier schon loslegen, wird der Hydra auch raus. Ist da oben drauf, wird der Hydra? Als wenn. 520 war das glaube ich, ne? Ja, geht auch schon rein, den Hydra mal. Ja. Mein Bug sieht bestimmt wieder den Scheiß-Base anmaß. Aber nun können das voll sein. Naja. Vielleicht kann Prolo ein bisschen weiter Autofahren als ich. Oder kann ich weiter fliegen als er. Kann man zukaufen oder was? Ja. 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 Nein, ey Ja, ich bin da. Ja, mach Slash, Show me Wollen wir ein paar Verrot nehmen? Na, Pink ist eh, wir schauen Lies mich jetzt auf der Karte Ja, mein Spiel Bug wieder Echt geil Wollen wir mal so machen, wollen wir mal zum Flugzeugträger in SF fliegen? Geh weg, Mann! Landebahn da ist ja, mach Slash, du Dein Flugzeug muss doch brennen, ey Kannst auf die andere Landebahn gehen, ne? Können wir Landebahn Start machen Da Polo Ja, dann go Ja, das Ziel unseres kleinen Spielchens jetzt gerade ist Wir wollen mal sehen, wer besser mit der Hydra schießen kann Ja, das war's auch schon